Erweiterte Suche mit dem Abfragegenerator In Microsoft Outlook kann man in der erweiterten Suche Suchbegriffe eingeben, die jedoch nur mittels OR, also dem logischen OR, verknüpft werden. Da dies nicht immer zu den gewünschten Ergebnissen führt, wäre eine AND-Verknüpfung bzw. eine Verknüpfung mit dem logischen UN durchaus sinnvoll. Hierzu ist ein Eingriff in die Registry notwendig. Klicken Sie zunächst auf Start Ausführen und geben Sie den Befehl RecEdit ein. Bestätigen Sie mit OK. Im Registrierungseditor navigieren Sie zum Ordner hkCurrentUser Software Microsoft Office 12.0 Outlook. Machen Sie einen Rechtsklick auf den Ordner Outlook und wählen Sie Neue Schlüssel. Geben Sie dem neuen Schlüssel den Namen Query Builder und bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Schließen Sie jetzt den Registrierungseditor und gegebenenfalls auch Outlook, wenn Sie es geöffnet haben. Starten Sie nun Outlook erneut und klicken Sie auf Extra, Sofortsuche, Erweiterte Suche oder drücken Sie Steuerung plus Shift plus F. Ab nun präsentiert sich in der erweiterten Suche eine zusätzliche Registerkarte mit dem Namen Abfragegenerator. Klicken Sie darauf. Damit ist es möglich, sowohl OR- als auch AND-Verknüpfungen der Suchbegriffe zu realisieren.